Wenn der Cupra Fomentor mit Cassie ausgestattet ist, lässt er sich extrem komfortabel öffnen und schließen. Nähert man sich dem Fahrzeug mit dem Schlüssel, lässt sich mit einem einfachen Berühren der Sensorfläche am Türgriff der Cupra Fomentor entriegeln. Über sanften Druck an den Türgriff verriegelt sich der Wagen wieder. Genau so lässt sich auch die Heckklappe öffnen. Das Verhalten des Keyless-Axis-Systems kann im Menü der Fahrzeugeinstellungen unter Außeneinstellungen im Infotainmentsystem eingestellt werden. Die selektive Entriegelung bietet zum Beispiel die Möglichkeit, nur die Fahrertür und die Tankklappe zu entriegeln. Das übrige Fahrzeug bleibt verriegelt. Die Diebstahl-Warnanlage wird beim Verriegeln des Fahrzeugs mit dem Fahrzeugschlüssel automatisch aktiviert. Um korrekt zu funktionieren, müssen alle Türen und Fenster am Fahrzeug geschlossen werden. Mit einem einmaligen Blinken zeigt der Wagen nach der Verriegelung die Aktivierung der Alarmanlage an. Zusätzlich verfügt der Cupra Fomentor über eine Innenraumüberwachung und einen Abschleppschutz. Zur Durchlüftung des Fahrzeugs lassen sich mit einem langen Knopfdruck auf Öffnen alle Fenster und das Schiebedach des Fahrzeugs öffnen und mit Druck auf Schließen wieder schließen. Du willst mehr Informationen zu deinem Fahrzeug? In den weiteren Videos dieser Serie helfen wir dir, dein Fahrzeug noch besser kennenzulernen.